Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Lust geht 3. So, dann mal auf. The Reichen of Angelic Wrath has taken a fight to Ketherick on the rooftop, and the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy, and if we wait too long, Ketherick will gather his strengths and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So, how shall we proceed? Ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst rein, sichern das Erdgeschoss und verriegeln alle Ausgänge. A sound strategy. Once it's done, me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Florek left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below, to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. Sehr gut. Ähm, achso. Hm. Äh, nee, ist vielleicht sinnvoller. Wenn, ja, wenn sie unab... Oder wenn sie halt unten bleibt. Okay, dann mal los. At the ready, harpers. In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen. The time has come. Gut, äh, ich würde aber noch ein bisschen hier gerne gucken. Gut, äh, ich würde aber noch ein bisschen hier gerne gucken. So, ah ja. Und sehr schön, nochmal wieder Larven. Hm, genau. Ich glaube, mit der Quartiermeisterin können wir dann gleich nochmal reden. Was für das Zeug noch verkaufen? Uh, sogar zwei. Cool. Noch mehr? Na, Ziegenfleisch. Na toll. Die armen Ziegen. Äh, da bist du? Ja, ich brauche halt Geld für mein Zeug, was ich gerade aufgehoben habe. Bitte schön. Gerne. So, dann, genau, haben wir noch zwei Larven. Ähm. Joa, ist glaube ich nicht schlecht, oder? Gehen wir das mal mit? Ähm. Ansonsten. Ziel zu heilen. Ja, wäre glaube ich auch ganz praktisch. Vorstürm. Ja, lass es mal. Dann. Oh. Sind weit hochges- äh, scrollt hier. In Ordnung. Spann ich mal nochmal. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, das ist bei dir leider nicht. Hm. Hier steht halt schon echt praktisch, hier unten, muss ich zugeben. Aber gut, wir können mit dir reden, von daher, mal gucken. Ja. Tretet beiseite. Okay, das möchte ich gerne nochmal machen. Dann sparen wir uns einfach das Gespräch und greifen direkt an. Beziehungsweise debuffen die mal direkt. Bitteschön. Ohja, passt schon. Ey! Jaja, ihr seid noch nicht drin. Ihr seid gerade so unfähig, Leute. Okay, du Hunters ne Runde. Du kommst aber halt hier nicht vorbei. Äh, Jaja, ich weiß ob das so ne gute Idee war. Alter! Äh, ich hab gedacht, das war keine gute Idee. Okay. Okay, du bist noch nicht dran, alles klar. Ähm... Ja gut, ihr habt so ein bisschen was abgekriegt. Äh, komm ich hier runter? Ne. Weil du verlangsamt bist. Gut, dann raiden wir schon mal. Das... Das... Okay, ich dachte, wir können da jetzt hier was... was nutz... äh, was... was sinnvolles machen. Und einfach den Kampf... oder halt schon mal angreifen. Oh, das hat mich ja pervers ins Hintertreffen gesetzt. Ähm... 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 Da können wir jetzt noch mal draufhauen. Aber wir haben wieder zurück in den Hangar auf Hader geprügelt, ne? Cool. Ich weiß ja nicht, ob Jachira das überlebt. Das war halt ne unglaublich dumme Aktion von ihr. Vielleicht hätte ich sie doch in mein Team aufnehmen können, hätte ich sie wegen... äh, äh... Spielen können. Sehr gut. Na gut, ihr bleibt zumindest hier drin stehen. Das ist gut. Auch wenn ihr euren Rettungswurf schafft. Okay, dann Schattenherz. Du bist halt auch verlangsamt, ne? Ähm... Das immerhin mal noch mit... Ich guck das hier so an. Einigermaßen schlecht würfelt, aber es reicht halt. Ich glaube, durch hier kann ich halt echt knicken. Wegen einer... ... unglaublich beschissenen Aktion von ihr. So. Ähm, genau. Fang du mal an. Und hau sie platt. Sehr schön. No time for mercy. Definitiv nicht. Cool, damit wärst du jetzt mal erledigt. Ich hab' den Tanz. So. Dann darfst du mal. Mhm. Ja, ich glaub' wir sollten uns hier mal auf die Adepten konzentrieren. Oder wo ist der andere? Ist ja auch irgendwo nur ein Zauberer, ne? Naja, egal. Ähm... Gib ihm. Ach, du liegst halt auch noch, ne? Ich glaub' das können wir neu lernen, weil du jetzt einfach drauf gehst deswegen. Das... Das... Das ärgert mich, wie unglaublich bescheuert meine Verbündeten hier sind teilweise. Ätzend, ätzend. So. Hm. Dann kommen wir soweit runter, wie es geht. Hm. Hm. Na, da können wir leider nicht. So, uns müssen wir einen nochmal reingekickt. Du wirst halt hier weggegangbankt. So. Verschließung ist da. Hm. Da, genau. Moonlight-Spitterlinge. Ja. Sehr gut. Ja, vielleicht können wir es halt auch noch irgendwie... ...drehen. So. Ah, die hauen halt auch böse rein. Ah. Allerdings zieht es euch ja auch ein Leben ab, ne? Super, das hat gerade wunderbar gereicht. Ja. Cool, 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 cool. Ja, es läuft nicht gut, aber es läuft. Dann... Hm. Obwohl, du hast nicht mehr so viel. Mit Vorteil auch noch verschossen. Cool. Radio. Hm. Ich kann nicht mehr so viel aufhören. Ehrlich? So, dann haben wir hier halt noch ein bisschen was. Ähm. Na gut, du bist so gut wie tot. Ja, bauen wir da weiter drauf. Sehr schön. Und... Und... Verdammt. So, Madame, hast du irgendwas an Heilung? Okay, gut, das ist auch nicht verkehrt. Aber ja, Madame, du müsstest dich echt mal heilen langsam. Sonst wird das nix. Kann ich davon aussehen, dass die die ausschalten? Ich weiß es ja nicht. So, wenn das trifft, haut es die nämlich schön drunter. Na, schade. Immerhin einer. Schade. Ja. 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 Dann du noch mal nach vorne, bitte. Hm. Mh... Mh... Welcher war das jetzt? Du bist so gut wie tot, da brauche ich nicht drauf reagieren. Danke. Genau, nicht auf Jaira draufhauen. Das könnte böse enden. Ihr seid nicht wirklich hilfreich. Hm, du stehst noch, ne? Cool. Jetzt nicht mehr. Dann mal los. Räumen wir mal auf. Einmal. Zweimal. Nummer drei. So. Wann ist Neville eigentlich dran? Der war wohl schon längst. Na, guck mal. Das hat sich ja gelohnt. Gut. Ähm, dann. Ja. Du kannst jetzt mal das Mahang auf Jaira lassen. Hat dir gereicht sie zu erlegen? Da haben wir jetzt noch. Na gut, noch ne. Adeptin. Zwei. Ah, die sind da. Okay. Die Schützen hier oben haben wir glaube ich alle jetzt weg, oder? Ja. Das sind natürlich nur noch die, die hier rumstehen. Alles klar. Können wir aber eigentlich ne Feuerbahn setzen. Na, muss man ein bisschen vorlaufen? Das ist mein Geist. Denkst du schon. Also, das ist Nein. Ich bin ja auch gerade hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. phone ich bin ja hier. So geht's ja auch. Okay. Au. Hm? Gut, das läuft ja schon mal ganz gut. So, genau. Dann kannst du auch mal nach vorne. Einmal den Fernkampf wechseln. Schade. Ihr seid... Ihr seid so unfähig. Also warum sind die eigenen Begleiter so beschissen dumm? Sag mal. Die Gegner rennen da ja auch nicht komplett durch. Also nicht alle. Wow. Ja sorry, dann seid ihr halt tot. Da kann ich halt auch nichts dafür. So, kann ich jetzt? Jawohl. Äh, die Feature rennt er halt auch jetzt durch, ne? Ja, auch mal vor. So. Hm. Ja gut, es ist halt auch nur der eine... Nur dieser eine Gegner da, ne? Hm. Von daher... Ja gut, du könntest es halt überleben. Okay, danke. Making my move. Du bist da nicht ganz so unfähig. Okay, du liegst. Schwer angeschlagen. Wir kommen halt leider nicht hin. Du machst einfach nichts. Auch in Ordnung. Okay. Hm. Kannst du noch angreifen? Gut. 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 So, ihr solltet wirklich kein Unfutter. Dann... ...ist schön. Ja, jetzt haben wir halt hier alles zu, ne? Gestellt. Ja, dann ist die Raserei weg. Aber gut, wie gesagt. Das ist unglaublich unnötig. Hm. Und tschüss. Ja, alles klar. Ja, schau mal, wer den... Achso, wahrscheinlich du, ne? Dieses verdammte Spiel. Oh mein Gott. Weil jetzt hier irgendein, irgendein Flächenzauberin gerade ist, oder wie? Ah. Mann. Mann, 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 Mann. Es ist echt nervig. Es ist super nervig. Kann ich mich irgendwie ergeben, oder so? Ja, also, wie gesagt, so, Friendly Fire, äh, hätt mal wirklich besser Nütze, äh, hier, hier regeln können. Das heißt, ich muss den Kaffee halt nochmal machen. Scheiße. So. Ähm, dann werden wir wieder zurück. Äh, jup. Äh, wo ist denn, Madame? Ja, es sind auch wieder einige gestorben. Äh, ich schätze mal, das war im letzten Mal wirklich, weil diese Idioten in meine Feuerwand reingelaufen sind. Ähm. Das deswegen halt die... Hm. Äh, dass die deswegen feindlich waren. Auch hier haben sich wieder einige relativ dumm verhalten, aber es war nicht so schlimm wie die in der letzten Runde. Von daher. Ich hab dir jetzt auch einfach die Feuerwand gelassen. Also hab's nicht gemacht. So, ähm, ja, warum nicht? Den hatten wir. Und ganz Schwein noch dabei. Sehr schön, das ist erstaunlich viel wert. Uh, plus zweier Pluspanzer. Ich pack's mal ins Lager, tatsächlich. Hm. Seltene Kleidung. Zorn für zweimal. Wäre, glaub ich, echt die Idee. Helle Bade der Wachsamkeit. Nett. Ich glaub, ich hab halt auch keinen, der helle Bade führt. Ja, die hat halt ordentlich reingehauen. Oh, gut, gibt's auch Proconcision-Lobus-20. Alles klar, ich nehm das Ding. So, noch ne schläfliche Notiz. Die schau ich mir noch kurz an. Fruck ist mit dem Kopf in einem Butterfass steckt geblieben und als sein Kleinsäufig ihm helfen wollte, sind sie beide über einen Abgrund in den Vulkan gefallen. Ich habe derart gelacht, dass Salari mich rausgeschickt hat. Ansonsten hab dich viel verpasst. Ich fühl mich so, ich höre dich. Flo. Oh. Dann kann das direkt mal ins Lager. Das kommt ja, glaub ich, eh an Kralach. Ähm. Madame, ich muss mal schnell was verkaufen. Und dann halt auch die Folge benden. Geld, 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 Geld. Wieso hast du noch kein Geld mehr? Eee. Äh, naja dann. Kaufe mal ein paar Schriftrollen. So. So. Noch ein bisschen eine Schriftrolle. Lady, light your way. Ähm. Habe ich das einfach nicht alles als Dings markiert? Naja. Wir beenden die Folge. Ich kristalltiere das jetzt mal in Ruhe. Und dann schauen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall hat es Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao.